Herzlich willkommen bei den TimeZone News vom Roten Sofa. Ihr müsst heute ganz leise sein, denn wir beobachten einen TimeZone-Mitarbeiter in seinem natürlichen Habitat. Grundsätzlich nur im TimeZone-Nordbüro anzutreffen, ist dieses besondere Exemplar, das Daniel. Ursprünglich im Nordhessischen beheimatet, sind sich die Wissenschaftler und TimeZone-Personalbeauftragten nicht einig, wie sich diese possierliche Spezies in Osnabrück ansiedeln konnte. Schon der berühmte Weltreisende Marco Polo stellte fest, dass sich Daniels in erster Linie von guter Musik ernähren. Seht nur, dort fällt ihm ein kleines Slotide zum Opfer. Mit seinen hervorragenden, spitzen Ohren hört das Daniel den popmusikalischen Schmetterling herannahen. Schon schlägt das Daniel mit seinen scharfen Klauen zu und lässt dem Slotide keine Chance. Das dichte Fell erlaubt es dem Daniel aber auch, in nördlichsten Gefilden zu jagen und erste Weihnachtslieder zu erspähen. Aufgrund der Anzahl der Bandmitglieder liegt dem Daniel BNT deutlich schwerer im Magen. Langsam wird das Daniel träge und fällt in einen frühzeitigen Winterschlaf. Bis zur nächsten Folge TimeZone News. Untertitelung des ZDF für funk, 2017